Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Lisa von Einfach Lilienhaft. Dieses Video ist in gewisser Weise eine Fortsetzung des letzten Videos, als ich fünf Arten für ein Future-Log vorgestellt habe. Heute soll es um das Monthly-Log gehen, also die Monatsvorschau. Und ich zeige dir heute wieder fünf unterschiedliche Arten, wie du das genau gestalten kannst. Viel Spaß dabei! Wir legen los mit meinem eigentlich klassischen Design für mein eigenes Monthly-Log, was ich die letzten Wochen und Monate so sehr gern verwendet habe. Dieses Design oder dieses Layout stammt auch von Ryder Carroll, dem Erfinder des Bullet Journals. Er selber empfiehlt also genau diese Art und Weise des Monthly-Logs. Dafür legt man auf der linken Seite pro Tag eine Zeile an und unterteilt dann die einzelnen Wochen noch mit einem waagerechten Strich, um ein bisschen mehr Übersicht hineinzubringen. Auf der linken Seite befindet sich also komplett das Kalendarium. Darüber kommt einfach noch die Monatsüberschrift. Und auf der rechten Seite bietet sich dann der Platz an für Monatsziele und Aufgaben, die man gern im kommenden Monat erledigen möchte. Diese Variante ist wirklich eine sehr schnelle Variante, deshalb auch sehr bevorzugt von mir. Diese zweite Variante habe ich vor allem in der Vergangenheit sehr gern verwendet, aber sie erfordert einfach mehr Zeit beim Anlegen und deshalb habe ich sie jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so oft gemacht. Aber bei dieser Variante ist es so, dass ich tatsächlich ziemlich viel mit dem Bleistift auch vorarbeite und dann nachzeichne mit dem Fineliner, wobei ich beim Bleistift vorzeichnen mit Lineal arbeite und dann bei dem Fineliner tatsächlich frei Hand zeichne und die einzelnen Kästen nach und nach anlege. Dieses Layout baut sich von oben nach unten auf, das heißt Montag bis Sonntag sind von oben nach unten gereiht. Und dann brauche ich insgesamt fünf oder entweder sechs oder fünf bis sechs Spalten, die sich über beide Seiten verteilen und die legt man eben von links nach rechts an. Bei dieser Art ist es so, dass ich tatsächlich fünf gleich große Kästen für die Wochentage anlege und die Wochenenden sind etwas kleiner bei mir, weil ich meistens am Wochenende nicht so viel vorplane und dann trage ich da wirklich nur kleine Sachen ein. Die kleineren Kästen sind also hier zwei Zentimeter hoch, die größeren Kästen sind drei Zentimeter hoch. Und wenn ich diese Kästen so vorgezeichnet habe, kommen an die linke Seite die Zahlen des Tages oder die Daten. Und die trage ich tatsächlich ganz dünn und langgezogen ein an die Seite, damit sie möglichst platzsparend sind und keinen Platzweg nehmen in den einzelnen Kästen, wo man dann viel Platz haben soll, um Dinge reinzutragen. Also gerade wenn ich weiß, dass in dem kommenden Monat viel Planung erforderlich ist, dann würde ich diese Variante bevorzugen und dieses Layout dann auch anlegen. Bei dieser dritten Variante drehen wir das Ganze um. Hier ist es so, dass ich Montag bis Sonntag von links nach rechts anlege und deshalb zähle ich auch hier erstmal ordentlich Kästchen vor und markiere mir mit dem Lineal und mit einem Bleistift die einzelnen Linien, die ich tatsächlich zum Nachzeichnen dann mit dem Fineliner benötige. Da bin ich doch etwas genauer, weil ich tatsächlich mich ganz oft verschreibe oder vermale in diesen Übersichten und deshalb arbeite ich lieber mit dem Bleistift genauer vor. Dann habe ich hinterher eben eine höhere Erfolgsquote, würde ich sagen. So brauche ich also in diesem Fall sieben Kästchen von links nach rechts und das bietet sich dann an bei etwas, also bei quadratischen Kästen hier, dass auf der linken Seite drei oder eben vier und auf der rechten Seite dann passend drei oder vier Kästen weitergehen. So hat man auf der linken Seite noch etwas Platz dann und der Monat zieht sich dann sozusagen von oben nach unten herunter. Mit dem Fineliner ziehe ich auch hier wieder die Linien frei Hand. Da bin ich echt ein großer Verfechter von, weil ich gar nicht die Lust habe, dann mit dem Lineal und mit dem Fineliner das nochmal alles nachzuziehen. Und wenn die Kästen grob vorgezeichnet sind, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich immer auch nur die Kästen zeichne, die ich brauche. Also manche zeichnen ja insgesamt immer das gleiche Raster vor und wenn der Monat dann zum Beispiel an einem Mittwoch beginnt, dann grauen sie die ersten zwei Kästchen aus oder straffieren die. Bei mir mache ich tatsächlich wirklich nur die Kästen, die ich für den Monat auch wirklich benötige. Genau, nachdem also dieses Raster vorgezeichnet ist, kommen dann noch kleine Zahlen in die oberen linken Ecken und damit ist diese Monatsübersicht dann fertig strukturiert und kann befüllt werden. Die vierte Variante erinnert wieder etwas an die erste Variante, die von Ryder Carroll eben auch abstammt, das heißt eine Zeile pro Tag, wobei es hier so ist, dass es unterteilt ist, dass auf einer Seite auf der linken Seite 15 Tage und auf der rechten Seite 15 Tage angelegt werden, gegebenenfalls eben auch 16 auf einer der beiden Seiten, wenn der Monat 31 Tage hat. Damit gibt es also zwei Kästen, die für die Kalendarien angelegt sind und da trage ich dann alle Termine ein im Laufe des Monats und dann habe ich darunter ja noch etwas Platz für weitere Kästen und hier habe ich mich dafür entschieden, einen Bereich für das Thema To-dos, also Aufgaben anzulegen. Das bietet sich doch immer ganz gut an, der ist wirklich reichlich, der Platz, aber das ist vielleicht für einen Monat, wo man schon weiß, okay, da ist einiges zu tun, was ich mir vorher schon eintragen will, sehr gut geeignet. Auf der rechten Seite habe ich dann wiederum noch einen Kasten, den befülle ich dann mit Notizen, da habe ich auch eine Fläche im Laufe des Monats, wo ich immer mal reinscribbeln kann, wenn mir irgendwie Sachen einfallen. Eine fünfte Variante, die ich dir noch zeigen möchte, ist etwas minimalistischer und bietet eigentlich mehr Raum noch für Illustrationen. Dabei schreibt man tatsächlich einfach die 30 oder 31 Tage von links nach rechts, teilt sie auf in 1515 oder 1516 und ich habe jetzt hier mich für einen Pfeil entschieden, um sozusagen den Fortschritt im Monat auch zu kennzeichnen. Und dann kommt darunter, unter der Unterteilung, die Wochentage hinzugefügt zu den einzelnen Daten, damit klar ist, welcher Wochentag ist an dem jeweiligen Datum. Und dann bietet sich natürlich drumherum wahnsinnig viel Platz an, wo man die einzelnen Termine dann einfach mit einer kleinen Randnotiz ranschreiben kann und dann kann man die verbinden, indem man eben eine Linie zu der entsprechenden Notiz mitten auf der Seite dann hinzufügt. Also deshalb, das ist ein bisschen freier, nicht so geordnet, aber ja, es bietet halt mehr Raum für Kreativität. Ich nutze gern auf der rechten Seite diesen Kasten hier für den Bereich Notizen und das ist aber auch alles, außer die Überschrift auf die linke Seite, packe ich dann wirklich nichts mehr hinein in diese Monatsübersicht und lasse der Sache etwas Raum, diese Übersicht kann sich dann im Laufe des Monats einfach so etwas entfalten. Das waren also meine fünf Ideen, wie man einen Monthly Log anlegen kann. Welche der Varianten hat dir denn am besten gefallen? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Und wie du sicherlich schon vermutest, wird es natürlich noch eine Fortsetzung dieser kleinen Reihe geben zu dem Thema Weekly Logs. Und wenn du dieses Video nicht verpassen willst, dann abonnier unbedingt meinen Kanal hier und dann bis zum nächsten Mal.